Der Planet Arrakis, bekannter unter dem Namen Dune. Das Land des Sandes, die Heimat der Spice-Melange. Der Spice kontrolliert das Universum und wer immer Dune kontrolliert, hat auch die Herrschaft über der Spice. Der Imperator hat den Adelshäusern einen Wettstreit vorgeschlagen. Das Haus, das am meisten Spice produziert, soll über Dune herrschen. Es gibt keine festgelegten Territorien und keine Regeln in diesem Wettstreit. Gewaltige Armeen sind gelandet. Drei Häuser kämpfen um die Herrschaft über Dune. Die noblen Atreides Die hinterhältigen Ordos Die bösartigen Harkon Nur eines dieser Häuser kann gewinnen. So, damit ein wunderschönen Intro. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen zu laut im Hauptmenü. Willkommen zu einem neuen Display. Zwar von Dune 2000. Nachdem die Berium Sun sich ja immer noch nicht irgendwie aufnehmen lässt mit nichts. Ja, der, man will jetzt gleich verschreiben, aber wenn du es so und so machst, dann geht es vielleicht. Ja, ähm, ich spiele hier die Version von Dings, von der Bandonia.com, weil die normale Version irgendwie gar nicht mehr läuft in der 64-Bit. Also, und habe da die Dateien von der deutschen Originale so reinkopiert. Das läuft jetzt ganz gut. Mehr oder weniger. Das läuft auf jeden Fall, ne. Es ist ein bisschen Englisch drin, aber die Videos und so sind auf Deutsch und auch die Texte. Und ich hoffe, das bleibt auch so und ich hoffe, ich nehme jetzt auch gerade auf, weil ich musste meine Fraps, äh, Fraps-Counter komplett ausblenden. Sonst spiele ich jetzt nämlich zwei Stunden für den Arsch, weil der sonst immer da oben links zu sehen wäre und das möchte ich jetzt nicht so direkt. Und wir fangen gleich natürlich auf schwer. Ein neues Spiel an und das Spiel ist natürlich blind und... Auf diesem Planeten werdet ihr sterben. Wir haben es gesehen. Mhm. Ich sehe einen... Ah, jetzt. Aber die Schwesternschaft der Bene Gesserit erlag früher auch schon Irrtüren. Zumindest hin und wieder. Ich bin Lady Ellara und bin die Konkubine und Wahrsagerin des Padisha-Imperators. Eure Überfahrt nach Dune habe ich veranlasst. Wenn der Imperator das herausfindet, werde ich hingerichtet werden. Er ist kein sehr mitleidsvoller Mann. Ihr seid hier aufgrund der Prophezeiung. Meine Schwesternschaft hat eure Abstammung und eure Zukunft genau untersucht. Wir haben euch sterben sehen. Mehr als einmal. Wir haben euch aber auch gesehen an der Spitze gewaltiger Armeen, die für Frieden in Arrakis sorgen. Nur einmal. Das ist die Prophezeiung. Das ist die Zukunft, die wir suchen. Ja, der Kaiser hat definitiv kein Geschmack. Ja, und ist natürlich ein Westwood-Spiel und damit natürlich... Okay, jetzt hätte ich fast gesagt, damit natürlich ein Rechtzeitstrategiespiel. Aber Westwood hat ja auch andere Arten von Spiel gemacht. Und ist ein Remake von Dune 2 mit sehr vielen Verbesserungen. Bin ich Ihnen sehr dankbar, dass, ich weiß gar nicht, 98 rauskam. Er ist auf jeden Fall so auf dem Niveau von Alarmstoffe Rot 1 ohne High-Res-Patch leider. Ich habe keinen gefunden. Es gibt zwar welche, die wollen einen machen, aber irgendwie... Ja. Nö. Nicht da, nix da. Sie arbeiten dran. So gut wie fertig. Kümmen sich persönlich drum. Ja, nur anders als in Koanikonga können wir hier drei Seiten auswählen. Ja, und wir fangen einfach links bei den Atreides an. Haus Atreides. Ja. Von Kaladan der Wasserwelt. Eine ganze Flotte von Ornithoptern sichert die Luftüberlegenheit der Atreides. Oh Gott. Der edle Herzog Leto sucht die Allianz mit den Wüstenkriegern der Främen, die im Verborgenen kämpfen. Wenn die Främen einwilligen, könnte der Herzog unbesiegbar werden. Ja, wir fangen halt an. Scheiße aus. Orca-Verschnitt. Und wir haben, ja, das meine ich mit einigen englischen Textpassagen. Er kann ja auch wieder mehrere Missionen wählen, wie in den alten Koanikonga-Teilen. Äh, ich weiß nicht, ob ich die alle spielen soll, oder ich schau da mal, ne? Ach, warum nicht? Es sind ja jetzt nicht so viele Missionen. Gott, ich erzähl schon der Scheiße. Willkommen, Rekruten. Ich bin Oremoneo, der Mentat des Herzogs. Ihr habt euch Letos Männern angeschlossen, das werdet ihr nicht bereuen. Nicht, wenn wir erstmal Dune erobert haben und wir alle durch das Beißstein reich werden, ne? Reichtum! Seid ihr etwa deswegen in diese mörderische Sandwüste gekommen, wo Harkonnen herumkriechen, die lieber euer Blut schlurfen würden, als ihre eigene Muttermilch? Wo ihr Würmer sehen werdet, die so lang sind wie hundert Männer und ihr euch vor lauter Angst an Felsen klammert wie kleine Kinder? Damit ihr's wisst, wir kämpfen für den Herzog, deswegen sind wir hier. Für den Herzog werden wir im imperialen Becken das Beißer bauen und für den Herzog werden wir das Land von den Harkonnen befreien. Das wartet im Gedächtnis. Dann werdet ihr vielleicht eine rechte Dune-Männer. Äh, für wen kämpfen wir jetzt? Äh, egal! Übungseinsatz 1, ja, ähm... Bauen sie im imperialen Becken Spice ab. Hö, hö, im imperialen Becken. Ähm, errichten ihr eine Spice-Raufenergie und verteidigen sie sie gegen die Harkonnen-Truppen, die sie vereinzelten in der Gegend aufhalten. Setzen ihre Truppen wohlüberlegt ein, denn sie werden keinerlei Verstärkung bekommen. Also auf Deutsch schafft, bau ganz viele Einheiten und fahr über den Gegner drüber. Funktioniert in jedem Kommande-Konga, in jedem... Ach, jeden Westwood-Spiel würde ich ja sagen, aber... Westwood hat auch nicht Echtzeit-Strategiespiele gemacht und Westwood gibt es ja inzwischen nicht mehr. Egal. Erlernen sie die Feinheiten des Spice-Abbaus. Denken sie daran, genügend Silos zu bauen? Ja, Silos! Ach, ich hab's vermisst. Sie haben das kostbare Gewürz lagern können. Wenn ihnen der Lagerraum ausgeht, geht alles, was der Spice ist. Das ist einmal unwiederbringlich verloren. Gebäude, die sie ohne Betonfundament errichten, zerfallen durch die Erosionskräfte der Wüste sehr schnell, wenn sie nicht pausenlos reparieren. Einsatzziel, bauen sie im Spice-Wert von 2500 Solaris ab. Ah, Solaris! Daher hab ich das! Wenn man vor Sagen-Videos geguckt hat, der weiß jetzt, was ich mein. Viel Glück! Es folgt eine Beschreibung der Einheiten, die in Verfügung stehen. Ja, was hab ich denn? Sammler! Aber, ja, man merkt schon, sehr neues Spiel mit sehr hochauflösenden Grafiken. Voraussetzung, schwere Waffenfabrik. Bewaffnung, keine Reichweite, Strich, Geschwindigkeit 12 kmh. Das gefällt mir, dass man hier so nutzlos ist. Diese Infektion ist ja völlig nutzlos, aber sie sind schön. Panzerung schwer. Sammler sind resistent gegen Handfeuerwaffen, in gewissem Maßen gegen Sprengstoffe. Bestätigen kann man sie am Leistung mit Raketen oder großkalibrigen Waffen. An die Humilier-Raffnerin wird auch ein Sammler ausgeliefert. Und die KI ist natürlich, also die Sammler-KI, wie in jedem Westwood-Spiel hochentwickelt. Sie fährt nicht irgendwie durch feindliche Einheiten oder Basen. Nein! Niemals! Beton, Voraussetzung Bauhof. Einsatzwerk, Gebäude oder Betonfund... Gott, ich muss vorlesen, das wird doch nichts. Betonfundament zerfallen schnell. Die Gebäude lassen sich zwar wieder reparieren, aber wenn ein Bauwerk nicht komplett auf... ...prä... ...errichtet wird, erleide es permanente Beschädigung durch die Erditionskräfte der Wüste. Ja, wir müssen so Betonplatten bauen und darauf können wir dann ein Gebäude bauen. Gegensatz zu Dune 2 müssen wir aber nicht eine Platte neben die andere bauen, sondern es sind gleich vier Felder. Auch wenn da jetzt gerade acht zu sehen sind, aber darum geht es nicht. Panzer und Mittel, Betonplatten können mit fast allen Waffen beschädigt werden. Beschädigte Betonplatten können sie nicht mehr reparieren. Bauhof, Voraussetzung keine. Wird vom mobilen Baufahrzeug errichtet. Kennt man ja schon. Also wer Kommandinkonga-Alarmschuf rot oder so kennt oder mal in Let's Play geguckt hat, der weiß in etwa, worum es geht. Oder wie es funktioniert. Einsatzzweck der Bauhof ist die Grundlage jedes Stützpunktes, der auf Arrakis errichtet wird. Bauhöfe produzieren eine kleine Menge Energie und sind Voraussetzung für den Aufbau aller anderen Gebäude. Schützen Sie daher, dieses Gebäude ist entscheidend für den Erfolg ihrer Basis. Panzer und Mittel, Bauhöfe sind zwar recht stabil, doch die meisten Waffen zeigen mehr oder weniger starke Wirkungen. Nennt der Feind, soweit ist, hat man wahrscheinlich eh andere Probleme. Windfalle, Voraussetzung Bauhof, Einsatzzweck, Windfalle, Gewinn, Energie und Wasser. Ja, deswegen heißen sie auch Windfallen, deswegen erzeugen sie Wasser. Für den Stützpunkt, dem sie die Windströme mit ihren riesigen unterirdischen Leitflächen auffangen und in den Röhrensystem so gewaltigen unterirdischen Turbinen leiden, die ihrerseits Stromgeneratoren und Feuchtigkeitsabsorber antreiben. Panzer und Leicht. Windfalle können mit fast allen Waffen bestätigt werden. Ja, billiger Kraftwerke halt. Oh Gott. Ich bin gleich fertig. Oh, zum Glück. Oh Gott. Voraussetzung Windfalle, Raffinerie, ja. Ja, kennt man ja. Wie in Comanche Konga ist es gesagt, es basiert ja auch darauf, beziehungsweise Comanche Konga basiert auf Dune 2, egal. Als Zweck, die Raffinerie ist die Grundlage der gesamten Spice-Produktion auf Dune. Sammler transportieren das abgebäude Spice in die Raffinerie, wo es verarbeitet und mit Bargeld umgesetzt wird und blockieren sich gegenseitig den Weg. Das fertig verarbeitete Spice wird zur Lagerung automatisch auf die verfügbaren Silos und Raffinerien verteilt. Mit dem Bauern der Raffinerie wird automatisch auch sofort ein neuer Sammlerdienst gestellt. Ausliebung per Cargol-Transporter. Panzer und Mittel. Raffinerien können mit fast allen Waffen bestätigt werden. Praktisch jedes Gebäude kann mit Waffen bestätigt werden, egal was für eine man benutzt. Das dauert nur länger. Silo, Voraussetzungsraferie. Ja, wer mag sie nicht? Die guten alten Silos. Wie in Alarmstufe Rot-Klein. Einsatzzweck. Ein Spice-Silo ermöglicht es dem Spieler 500 einheitlichen Spice zu lagern. Hier erfährt man zu gucken, wie viel man einlagern kann. Aufbereitete Spice wird automatisch gleichmäßig auf die verfügbaren Silos verteilt. Wenn die Menge des geernteten Spice die Lagerkapazität der Silos überschreitet, geht die Überschüsse in Menge verloren. Wird eines ihrer Spice-Silos bei einem anderen Zerstörer erobert, wird das dort gelagerte Spice auf ihre anderen Silos verteilt, sofern dort noch Platz ist. Panzer und Leichtswalten mit fast allen Waffen. Es kann mit allen Waffen. Ach, egal. So, und... Man kann... Klar, man kann Rahmen ziehen. Ja. Ja, ich würde irgendwann Team 2 auch spielen. Ja. Und die Geschwindigkeit ist recht hoch, glaube ich fast. Ich muss mal kurz hier in die Optionen, ey. Scrollt Tempo drehe ich mal ein wenig runter. Spieltempo vielleicht auch mal ein Stück. Ja. Und... Man kann hier im Gegensatz zu Team 2 schon Rahmen ziehen und in Einheiten Nummern zuweisen. Das ist schon mal ein sehr schöner Fortschritt. Auch die Auflösung ist ein bisschen besser. Hier natürlich die ganzen Reparieren, Verkaufen, Bewachen und... Oh, das drücke ich jetzt lieber nicht. Zurückziehen. Ich habe es, glaube ich, schon gedrückt. Egal. Eklodieren wir einfach. Äh... Wobei ich irgendwie, keine Ahnung, Icon ist. Und ja, das sind Betonplatten. Da müssen wir unsere Gebäude drauf bauen. Beziehungsweise... Müssen, glaube ich, nicht. Aber es sollte es. Keine Ahnung, ich spiele das hier blind, ne? Ich habe den 2 Mal angespielt. Ich habe da noch irgendwo hier... den anderen Teil, die Fortsetzung dazu liegen. Äh, äh, wie hieß der? In... Power of Dune. Ja, das ist dann der dritte Teil. Dune 1 hat nichts damit zu tun. Auch wenn... Dune 1... es vermuten lässt. Dune 1... Dune... Dune 1. Dune 1. Dune... Ja, oh nein. Das ist von einer anderen Herstellerfirma. Kam aber fast zur selben Zeit raus. Und... Ich glaube, in Dune 2 wird es sogar... Also ein Handbuch, die andere Firma hat alles erwähnt. In Dune 1. Ich weiß nicht, wir haben da noch irgendwo Original für ein Amiga hier rumliegen. Irgendwo. Irgendwo, ne? Und ja, wir haben hier unsere super überlegende leichte Infanterie. Und unsere... Die billigen Einheiten, die man immer so hat am Anfang. So, hier bauen wir kein Tiberium oder Mineralien ab. Hier bauen wir Spice ab. Wie bereits aus Dune... Bekannt. Wenn jemand den Film kennt. Soll ich vielleicht erklären, was Dune ist für die Leute, die es nicht kennen. Gibt es Leute, die den Film nicht kennen? Oder das Buch? Oder wie auch immer? Nein, gibt es nicht. Ihr kennt das jetzt alle bestimmt einfach mal. Und mir ist verdammt warm, weil es hier verdammt warm ist. Und ich muss was trinken. Okay, ich glaube, ich drehe die Geschwindigkeit wieder ein bisschen auf. So, weiter. Gut. Sie bekommen übrigens keine Verstärkung. Das ist keine Verstärkung, das bilden Sie sich nur ein. Ja. Man merkt schon, dass das auf der Engine von Alarm-Proob passiert. Ich weiß nicht, wie hat doch was passiert da drauf. Wie verarschen? Ach, fick dich. Was zur Hölle? Äh, kann ich das einsetzen? Ach, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Das ist doch ein schlechter Wichs. Fick dich, Spiel. Wie es mir gleich am Anfang ins Gesicht tritt. Ich spiele übrigens auch schwer und blind. Mal wieder. Mal wieder. Hab mich aber Alarm-Stufe-Rot auch gemacht. Weil ich muss sagen, es sieht fast besser aus als Alarm-Stufe-Rot. Egal, Geschmackssache. Der erntet jetzt das Beiß aus dem Sand. Und wird hoffentlich nicht gleich von einem Wurm gefressen, die es hier auch gibt. Das sind so große Viecher, die man nicht töten kann. Und die einen fressen. Wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend. Durch diese gigantische... Oh, oh, oh. Da ist Wurr. Da fahren wir mal nicht hin. Nee, komm, glaub ich, erst draus will ich eine Einheit. Soll ich halt mal eine Einheit hinschicken? Nee, hier nicht. Ich schick gleich mehrere hin. Nee, lass mal gut sein. Nein, nein. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Hau ab, Mann. Hau ab. Wie gesagt, kann man nicht töten. Und wir werden später ganz viele meiner Sammler fressen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das ist wie in Command & Conquer 1. Das heißt, wir fahren nicht einfach in die Raffinerierung schritten das Zeug aus. Nein. Oh, hier wird der Strom. Die warten hier drei Stunden, bis sie mal irgendwann was abladen. Weil es einfach reinzuschütten, wäre ja zu einfach. Das würde ja viel zu schnell gehen. Deswegen wurde das... Was? Ich glaube, es geht los. Oh, äh, da fahre ich nicht nochmal weg. Warte, weg! Ich schieße auf diesen riesigen Wurm, der mit einem Schlag fressen kann. Man sieht schon, die KI ist wieder auf höchstem Niveau wie in allen Command & Conquer-Teilen. Ich wüsste keinen Command & Conquer-Teil, wo die KI nicht hochintelligent ist. Das schüttelt sich wieder ordentlich Feuer. Ja, Sir. So, ich sehe es später noch kommen, dass ich mich sehr oft aufregen werde darüber, dass die Würmer mich fressen. Oh, da ist ja, die haben ja auch Fahrzeuge, ist ja voll unfair. Ich dachte, die hätten jetzt keine Fahrzeuge und ich... Ich will den Panzer nicht mit auswählen. Sammler, Panzer, wo ist der Unterschied? Ist doch alles dasselbe. Der Scheiß-Wurm soll abhauen. Und nicht Richtung Sammler ziehen. Das hat mich schon ein Dings angekotzt, so leicht. So ein, äh, ein Parapora, wie auch immer. Da haben die auch oft immer meine Würmer mich fressen. Ja, die haben eine... Die gegnerischen Sammler haben meine Würmer mich fressen. So, und ich soll eine 2500 absammeln und baue schon eine 200 Rechnerei. Ich bin ein schlauer Hund. Übertreibung hoch 10. Kennt man ja. 152% Energie. Das ist natürlich sehr hilfreich, vor allem wenn man weiß, wie viel Energie die Gebäude verbrauchen. Was ich natürlich weiß. Ne, ich kann ja gar nicht, dass die eine einfach... Ach, warum man Silo. Sie benötigen Silos. Ich hoffe, die haben mir auch so eine nervige Meldung eingebaut. Ist es ja schön, dass die Sammler sich so viel Zeit lassen. Ich hab's ja auch gar nicht eilig. Oh, hier kann ich nicht weitergehen. Aber schön, wie's aus dem Boden kommt. Jetzt hab ich noch 144%. Das heißt, das Silo braucht 8%. Irgendwie. Ich glaube ich. Ach ja. Ich hab schon bemerkt, dass da oben ein Wurm ist. Warum auch immer der genau Blitz erzeugt, ich weiß es nicht mehr. Wurde das nicht mal im Film erklärt? Keine Ahnung. Nein, wurde es nicht. Mein perfektes Gedächtnis würde es sonst doch wissen. Man kann ja leider keine Sachen, die im Sand liegen, kaputt machen, oder? Warum ist das so? Ich weiß nicht, bei Dune 2 gibt es so Infanteriefelsen, lauter Anleitung. Könnte dasselbe sein. Keine Ahnung. Oder auch nicht, was weiß ich. Ich hab kein Fahrzeug im Ausland, den doch einen Hafenfahrzeug. Ah, da kann nur Infanterie hin. Okay, dann gibt's das hier auch. Schön zu wissen. Es ist doch gut, dass ich Dune 2 die Anleitung gelesen hab. Ich konnt's zwar nicht spielen, weil die das Ketten defekt sind, aber es ist... Ich konnte die Anleitung lesen, ist doch auch schon mal was. Es hilft, ne? Boah, schneller. Hast doch... ...sechs Räder. Bin mir nicht so sicher, was das Ding hat. Das könnte, wer weiß was sein. Er hat... Wie in Command & Conger. Ich sammle, er fahr so weit wie möglich weg. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich find's auch schön, dass sie es niemals irgendwie geschafft haben, ein Sammler vernünftige KI zu geben. Aber sie haben sich alles einfach gelöst, indem sie im letzten Teil einfach gar keine Sammler mehr eingebaut haben. Ein Grund für mich ist, nicht zu kaufen. Ach, komm, Teilhurch. Komm schon, ich hab alles aufgedeckt, ich hab alles vernichtet. Jetzt fahr ich endlich rein und lass mich gewinnen. Die erste Mission ist jetzt nicht so spannend. Die spätere Mission werden auch nicht spannender, aber darum geht's nicht. Und schon, dass der Wunder hinten eingesperrt ist. Komm schon, gewinnen. Ich hoffe, meine Stimme ist laut genug, aber es soll sein. Ich sei einfach ein wenig lauter, wie immer. Yeah, ich hab drei mehr gesammelt. Haha, das gibt ein Boden. Oder auch nicht. Boah, ist das laut. Gewürzpunkte, ey. Richtig, hat er da schon mal einen Test gemacht, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Oh, ich kann nicht mal meinen Namen schreiben. Hey, kann ich da meinen kompletten Namen eingeben? Geil. Ja, und jetzt sieht man mal über den Fortschritt von einem. So ähnlich wie in Kumani-Kunka vielleicht? Nein. Ach. Ja, hier sieht man auch, Dune ist eine Scheibe, beziehungsweise es ist ein Quadrat. Ein Rechteck. Quadratisch. Ihr wisst, ihr kämpft... Ja, quadratisch. ...wie ein Främen. Wie ein Wüstenbewohner. Ihr kämpft mit eurer Seele. Und doch... Und das ist... Das ist wirklich komisch. ...sagen manche, dass ihr hier eingetroffen seid auf einem imperialen Kreuzer. Mit der Lady Ellara. Habt ihr vielleicht verborgene Talente? Wir werden sehen. Der Herzog wird euch Gelegenheit geben, eure Loyalität unter Beweis zu stellen. Überrascht die Hakonnen in ihrem Abbaulager im imperialen Becken. Und dann überzeugt ihr, die Hakonnen dort zu verschwinden. Und Commander, der Herzog beobachtet euch. Seid also sehr überzeugend. Er hat eine Ansichtskarte aus Solingen. Der musste jetzt einfach sein. Übungseinsatz 2. Ja, trinken sie das imperiale Becken schon wieder ins Becken. Ein und bauen sie dort unsere Streitkräfte aus. Bis sie stark genug sind, die Hakonnen-Truppen vor Ort auszuschalten. Ich sage ja, ganz viele Einheiten bauen und über den Traffind rüberfahren. Die Hakonnen halten Verstärkung aus der Luft. Also seien sie auf der Hut. Benutzen sie die Radaranzahl des Außenpostens, um Angriffe aus unerwarteten Ecken frühzeitig zu entdecken. Ecken, Decken, das reimt sich. Seien sie vorsichtig, wenn sie Spicer bauen. Die im Sand verborgenen Spice-Hügel sind zwar eine gerne gesehene Quelle für Spice, können aber Einheiten, die nichts anderes rüberstürmen, in eine gewaltige Explosion beschädigen oder gar vernichten. Cool. Ich spreng mein eigenes Spice in die Luft. Ich sehe es schon kommen. Einsatz zerstören sie alle Hakonnen-Truppen. Viel Glück. Es folgt der Beschreibung der neuen Einheiten-Gebäude, die ihnen zur Verfügung stehen. Leichte Infanterie. Yeah. Ja, die ultimative Waffe, mit dem wir Panzer töten. Das funktioniert hier bestimmt auch. Dass man Panzer einfach mit Infanterie totschießt, weil warum auch nicht. Voraussetzung Kaserner-Bewaffnung. Die leichte Infanterie besteht aus gering gepanzerten Fußtruppen. Die Waffe mit 9mm Sturmgewehren. Yeah. Leichte Infanterie ist besonders wirksam gegen andere Infanterieheit und ungepanzerte Fahrzeuge. Nein, auch gegen gepanzerte. Ich sehe es kommen. Gleich war die geringe Geschwindigkeit 16 kmh zu Fuß. 16 kmh? Puh, die sind gut schnell, du. Panzerung gering. Leichte Infanterie ist leicht verwundbar. Durchsprengst du Feuer und hat Feuerwaffe. Ja. Ich bin mal gespannt, wie die auf Kanonen reagieren. Doch, wir stehen da jetzt einfach mal.